Absoluter Diebstahl. Und dann Moinzen zum Nachbericht zum 3-1 Heims gegen die TSG Hoffenheim. 1-0 Kämpfe in der 18. Minute, 60. Mafpano Solo 2-0, 81. Massimo mit dem 3-0 und 84. Das Ehrentreffer noch von Jakob Brun Larsen. Und wir haben eine Premiere in dieser Saison. 11 von 11 im Startelf-Tipp, also Reifer Personal auf dem Platz. Also der Kicker stellt es jetzt so auf, wie ihr es hier seht. Andere stellen es auch ganz wild im WM-Stil mit 4 Innenverteidigungen und dem Tannenbaum-Muster auf. Aber scheißegal, vom Personal die Elfer, die ich getippt habe, waren am Endeffekt auf dem Platz. Wir haben halt kein schnelles Gegentor bekommen, auch wieder schön, wie auch in Bochum. Sind ganz gut reingekommen, aber ja, die TSG hatte schon auch ihre Möglichkeiten. Also Grammaritsch hatte eine, vor allem dann Bebou, der den Ball in der Zeit klatschen lässt. Und dann wirklich auch direkt danach, eine Minute danach, nach dieser Riesenchance, führe ich mit dem Abschluss die Ecke raus und die fliegt dann halt rein. Das ist halt, sowas brauchst du dann auch mal. Das gefühlt, die erste Ecke halt wirklich auch direkt dann schon drin ist. Kempf macht das Ding. Mammus brachte die Ecke. Und wir hatten tatsächlich auch schon nach 30 Minuten eine Ex-Ball-Statistik von 6 zu 0 für uns. Also auch ganz wild. Auch das erste Mal jetzt schon, so früh in der Saison, dass Kempf drei Saisontore gemacht hat. Also jetzt schon ein Rekord gebrochen. Und wir haben gefühlt, noch die ganze Saison vor uns zu spielen. Gab noch ein paar Chancen, so von Grammaritsch und von Mammusch. Aber wir gehen so mit dem 1-0 in die Halbzeit. Wir haben das gesamte Spiel sehr, sehr schön Druck gemacht, finde ich. Schön Pressing. Auch öfter mal die Balance ausgeschlagen. Die TSG war es einfach oder auch der Keeper, weil er den Abschlag nicht anbringen konnte oder auf ihn Druck gemacht wurde. Das war eine ganz, ganz andere Vorstellung als noch in Bochum. Ganz andere Präsenz auf dem Platz. Ganz anderer Druck. Dann kommt da der Auftritt unseres unglaublichen Dinos Mavropanus. 16 Minuten, 2 zu 0. So gar nicht, 30 Meter vom Tor holt sich das Ding. Ist einfach gedankenschneller als der Hoffenheimer. Holt sich den Ball und setzt halt wieder mal ähnlich wie gegen Freiburg. Setzt da zu einem ununterstädlichen Solo an. Geht da komplett durch am Strafraumrand. Dann schließt er halt auch ab. Links, lange Ecke, unhaltbar drin. Verteidiger mit so einem Abschluss, mit solchen offensiven Qualitäten. Es war ein Wahnsinn. Danach muss eigentlich Grammaritsch das 2 zu 1 machen. Also wie gesagt, es ist ja nicht so, als hätten wir die Hoffenheimer an die Wand gespielt oder sowas. Und so wurden die Tore auch zugegebenermaßen ein bisschen leicht gemacht. Aber sie waren halt auch absolute Willensleistungen, alle drei. Hoffenheim dann auch ähnlich wie Bochum noch offensiv viel zu schlampig gewesen. Sonst wäre da auch für Hoffenheim mehr drin gewesen. Das 3 zu 0 fällt dann eben auch zum perfekten Zeitpunkt, weil wir davor auch ein bisschen geschwommen haben. Das kam nämlich auch dazu. Massimo in der 81. Dann, wie gesagt, perfekter Zeitpunkt. Ähnlich wie in Dinos. Nimmten dann halt nur mit rechts und haut ihn rein. Freut mich auch sehr, sehr stark für ihn. Hoffenheim macht dann noch einen typischen Treffer, den ein Ex-Spieler macht. Also das Gurkentor von Brun Larsen. Hauptsache der Ex-Spieler, der schon mal beim VfB gekickt hat, macht halt das Gegentor so. Auch schön gewesen mit zwei Bunziger-Debüts, muss ich noch sagen. Nathai und eben auch der langverletzte Mola. Sehr, sehr schön. Und am Ende, ja, ein sehr schöner Heimsieg, ein sehr wichtiger Heimsieg. Auch am Ende wirklich eine sehr, sehr euphorische Stimmung. Auch auf dem Heimweg noch quasi, oder aus dem Stadion raus, auf dem Weg noch alle mitgesungen. Das war wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Erlebnis mal wieder. Auch, wie gesagt, sehr, sehr wichtig vor der Länderspielpause. Wir haben ja erstmal zwei Wochen Pause. Wie gesagt, nicht alles perfekt. Hoffenheim hätte auch ein bisschen mehr aus seinen Sachen machen können. Dann wäre da mehr drin gewesen. Aber am Ende, ja, deutliche Leistungssteigerung. Sehr, sehr anziehliches Spiel für uns. Und das hatte Ähnlichkeiten zur letzten Saison. Das war giftig, frech, eiskalt. Und eben dann auch mal wieder siegreich. Ich merke auch, dass hier das Spirit in der Mannschaft angekommen ist. Mein Spirit ist sowieso immer da in der Mannschaft. Das kann man, glaube ich, nie groß absprechen. Aber dieser Post von Sosa, als mit dem Auf-Fucking-Gehts, da ist auch noch von Mangala und von Karaso und von wem auch alles irgendwelche Instagram-Posts nehmen können. Aber ich nehme mal den hier beispielsweise raus. War noch viel, viel mehr. Auch Miss Lintat war sehr, sehr begeistert. Habt ihr auch eingeblendet bekommen. Von der Stimmung und allem. War wirklich sehr, sehr schöne Stimmung für 24.000 oder sowas. War sehr schöne Stimmung. Die beiden hatten dann auch gute TV-Auftritte danach. Könnt euch gerne in den Mediatheken reinziehen. Den Sven im Sportstudio und eben Matarazzo beim SWR Sport. Und genau das, was Rino dann hier sagt, was er eingeblendet hat, war es halt auch am Ende, was dann eben den Unterschied gemacht hat. Damit gehen wir in die Pause auf Platz 12. Mit 8 Punkten aus 7 Spielen. Auf einem auch punktgleich 8 Punkte. Aber irgendwie wegen dem Eintreffen, den sie gemacht haben, sind sie vom Dorf vielleicht ins 1 Tor besser. Damit Platz 11. Vier Punkte haben wir auf dem Relegationsplatz und auch auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Und gleich ist es auch nach oben. Also vier Punkte auf Conference League und eben auch den ersten Euroleague-Platz. Was jetzt dann kommt, nach dem Schiebhaus ist ja Gladbach auswärts. Dann haben wir Union. Und dann kommt auch schon das Pokalspiel gegen Köln. Hoffenheim hat Köln dann zuerst zu Hause in der Liga. Dann fahren sie nach München. Und dann haben sie Hohlstein-Kiel im Pokal. In Sachen Man of the Match kann ich mich mal wieder an ein paar Elf des Tages orientieren tatsächlich jetzt. Voting natürlich auch da im Community-Tab am Start. Natürlich jegliche Meinung ab in die Kommentare. Dinos ist in der Kicker-Elf des Spieltags und auch in der Sportschau-Elf des Spieltags drin. Deswegen logischerweise auch bei mir. Ich glaube, der wird es den Gewinn. Aber zwei weitere haben wir trotzdem noch im Ranking drin. Neben Dinos in der IV ist in der Sportschau-Elf des Tages auch Marc-Oliver Kempf. Auch hier dabei. Tore gemacht. Gute Partie gemacht. Gute Reaktion gezeigt. War ja in Bochum nicht von Beginn an auf dem Platz. Er hat noch auf der Bank gesessen. Und als Letzten, da gab es einige Ähnliche. Jetzt auch ein Endo nehmen können. Sosa und so Geschichten. Aber ich nehme da auch mal Führig. Auch wenn es nur 65 Minuten waren. Aber er hat es auch von Startelf, von Beginn an gezeigt. Dass er da wirklich was reinbringen kann. Wirklich was Besonderes reinbringen kann. Was uns hilft im Spiel. Nach eben der Einwechslung in Bochum. Auch den Kollegen, den wir wieder nennen können. Nämlich Karasor, der im ersten Tweet hier drin ist. Können wir bitte nochmal über Karasors Entwicklung sprechen. Und vom absoluten Buhmann und Schmuddelkind in der 2. Liga. Jetzt sind wir wirklich soliden, bunziger Sechser. Und IV mag ihn sehr. Kann ich so unterstreichen. Also er macht wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung durch Dakaras. So jetzt wirklich auch das erste Mal. So richtig. Letzte Saison nicht. In der zweiten Saison nicht. War nicht so richtig 100% gesetzt. Jetzt ist er fast aus der Startelf nicht mehr rauszudenken. Hat sich absolut verdient. Dann müssen wir natürlich auch nochmal auf die Industrie sprechen kommen. Klare Geschichte. Der eine oder andere hat sich wahrscheinlich schon gefragt, wo diese Info bleibt. Aber hier ist er mit drin. Kaufverpflichtung bei Klassenheit von 3 Millionen. Dafür gehst du in manchen Ländern in den Knast, Bruder. Das ist wirklich absoluter Diebstahl. Das hat er ja auch bestellt noch ein bisschen, Tad. Im Sportstudio, auch davor schon bei Sky, eben nach dem Spiel direkt. Wir haben eine Kaufpflicht bei Klassenheit. Und ich glaube eine Kaufoption bei Abstieg über jeweils 3 Millionen. Also wir werden Dinos holen. Weil wir hoffen ja alle, dass wir drinbleiben. Und ich glaube auch, dass wir drinbleiben werden. Und auch so plant natürlich auch Smithland-Tad. Logische Geschichte. Wir werden Dinos nächsten Sommer für 3 Millionen fest verpflichten. Unglaubliche Summe. Ich meine, dass auch ein bisschen irgendwas von 3 Jahren gesprochen hätte. Im Sportsstudio bin ich gerade nicht mehr ganz sicher. Ich meine, er hat auch was von 3 Jahren gesagt, die er dann an uns gebunden ist. Wahnsinn. Das ist wieder eine Masterclass von Sven. Und letztlich nochmal raus an die Atmosphäre. Tolle Fans. Tolles Stadion. Ich habe es einfach aufsaugen wollen. Matarazzo auf die Frage, was ihm durch den Kopf ging, als es seine Spieler beim Feiern vor der Kanche der Kurve beobachtete. Matarazzo war auch sehr, sehr geil nach dem 2-0 von Dinos. Auch einen halben Weg mitgesprintet. Fast bis zur Eckfahne mit. Sensationell. Wie gesagt, auch die Stimmung war sehr, sehr schön. Auch das ganze Spiel lang schon sehr, sehr schöne harmonische Stimmung. Auch der Wechselgesang in der Kurve direkt war extrem, extrem geil. So kann man absolut in die Länderspielpause gehen. Und dann war es das hier vom mal wieder positiven Nachbericht. Ich bedanke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.